Herzlich Willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andi. Wir spielen heute Northern Tale 4. Wir haben hier den Bonus Level 1 vor uns. Da bin ich neugierig, was wir hier machen sollen. Wir können nichts tun, weil wir nichts sehen. Das ist schon mal schlecht. Okay, wir müssen Fackeln verwenden. Viel sehen wir hier nicht. Das ist schon mal nicht gut. Vertreibe die drei Geister. Hier sehen wir nicht so viel. Das befürworten ich jetzt nicht unbedingt. Finde ich jetzt nicht so gut, aber gut, ich kann es nicht ändern. Essen holen. Ich luke auch into it. Den holst du bitte. Machst du, nicht holen. Dann holen wir uns den zweiten da. Diese zwei Dinge haben wir hier. So, du holst das. Du holst das. Einer macht die Grube hier bitte. Hier einer. Da gibt es noch Essen. Wieso nimmt das keiner? Muss man da jetzt nen Fackel aufstellen oder wie geht das? Let's move out. Verstehe jetzt nicht ganz. Ah, hier, die Laterne. Okay, die mach mal. Dann seh ich was. Okay, jetzt können wir es machen. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Wir holen jetzt Holz ohne Ende. Das nimmt meiner. Das nimmt einer. Das nimmt einer. Das nimmt einer. So, ihr haut den Turbos rein. So, ihr haut den Turbos rein. Du nimmst das. Du nimmst das. Jawohl, die hauen schön rein. Du nimmst das. Du gehst hier hin. Wir brauchen Essen. Einer hier bitte. Hier einer. Das nimmt einer. Das. Hier müsste auch noch eine Laterne sein, oder nicht? Nein, hier ist eine. So, hoppala. Das ist noch einer. Turbo. Das nimmt einer. Das nimmt einer. Die Laterne. Hier macht Mauer. Einer bitte. Mal Essen holen. Turbo, Turbo. Ist eine lustige Runde. Mal was anderes. Wir nehmen eine Laterne. 4-4 ist leistbar. Nehmen wir. Nehmen wir. Nehmen wir. Da ist was. Da ist was. Wow. Ja, wow. Das haut dich weg, gell? Okay. So, mach ein bisschen den Turbo an. Was ist das hier? Ach, Leute. Eine Exorzistenhütkammer. Es ist Witchcraft-Zeit. Jawohl. So, jetzt kriege ich hier was. Das macht bitte jemand hier. Turbo. Was ist mit dir eigentlich? Du bist nicht so wichtig. Ich würde sagen, der ist wichtiger hier. Das kann jemand nehmen. Kommt, gibt Gas. Hier gibt es nämlich auch Sterne, Jungs. So, hier haben wir. Licht. Hau rein. Komm, Turbo, Turbo, Turbo. Ich will das da. Jawohl. So, hier gibt es nämlich Gold. So, und jetzt Turbo, Turbo, Turbo wieder. Und nochmal. Ihr sollt euch schön abwechseln. So, einmal geht es noch lang, Jungs. So, einmal geht es noch lang, Jungs. So, die Grube weg. Gleich haben wir es, Leute. Der muss noch weg hier. Wow. Turbo haben wir den auch rein, dass er mit sich reinhaut. Hoho. Nochmal. Und den da. Und wir haben es. Zack, 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 zack. Komm, komm. Lauf, ich will drei Sterne. Komm, gib mir drei Sterne. Komm. Jawohl, Leute. Wir haben es geschafft. Nice. Nice. Jaha. Jaha. So, jetzt bitte ich mir drei Sterne aus, meine Freunde. Jawohl. Drei Sterne, Leute. Top-Posy. Haben wir nice gekriegt. So, jetzt haben wir 33. Das war bitte nötig. Wir brauchen weitere Sterne. Ihr seht, wir haben noch einiges vor uns, ne? In der Kampagne. Ist ein gutes Spiel, was ich bis jetzt sagen kann. Und wir sehen uns beim Part. Oh, was ist das denn? Achso, der Bonus-Level. Wir sehen uns beim Part 18. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi. Let's Play. Tschüss.